Schönen guten Abend, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin Erfinder und erzähle jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Ja, danke schön. Danke. Ja, und für die Geschichte wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier alles mein Labor ist. Ja, also hier so Labor, Labor, Labor. Hier überall Labor, eben vier Wände, zack, Ping-Pong-Pong, Fenster, Labor, Labor. Sie gucken hier rein, jetzt keine Wand, Labor, Labor, Labor. Jetzt habe ich unten vergessen, Labor, Labor, Labor. Sie können sich vorstellen, was hier ist? Nee, hier wäre jetzt meine Kaffeeküche. Und da war ich halt so drin, in mein Labor, war vor vier Wochen, hab so rum experimentiert mit Chemikalien, hab immer alles in so einen großen Pott drin geschüttet, immer. Ja, rin, 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 rin. Auf einmal macht den Peng, der gibt eine Explosion. Und ich dachte noch so, äh. Und ich war noch ja nicht fertig mit Denken. Da hing das auch schön weiter. Auf einmal habe ich Stimmen gehört, ja. Immer so, hallo, hallo. Dann habe ich noch so gedacht, öh, das geht ja ja nicht. Ich bin ja ganz alleine hier. Ja, und die Stimmen halt immer weiter. Hallo. Hallo. Ja, und irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, steigst du halt mit ein in das Spiel. Und ich hätte dann auch völlig wohllos in mein Labor gerannt und immer, hallo. Hallo. Und auf einmal habe ich es gesehen, ja. Bei mir oben in der Ecke im Labor saß ungefähr so eine große Eintastfliege. Die saß halt da oben in der Ecke und rief immer runter, hallo. Ich habe mir dann gedacht, so, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Und habe gesagt, äh, Sie können ja hier mal runterkommen auf meine Hand, dann können wir uns hier weiter unterhalten. Ja, und Sie kam halt angeflogen, setzte sich auf meine Hand und sagte, na nee, eben nicht. So, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Na, fange ich nochmal von vorne an. Guten Abend, Krömer. Für die nächste Geschichte, die jetzt kommt, wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier halt mein Labor ist. Ja, also hier so Labor, Labor, Labor. Ja, da können Sie sich jetzt hier vorne bedanken. Dauert das halt ein bisschen länger. Labor, Labor, Labor. Chef, das dauert heute ein bisschen länger. Da ist noch in Außenheim da. Oder aus Spandau. Ja, ach so, jetzt genau. So, Sie kam runter, setzte sich hin auf meine Hand und sagte dann, Salü. Mein Name ist Johann, ich hätte ja eine Tasse Kaffee. Und da habe ich gedacht, na, bitteschön, Sie können ja schon mal vorfliegen zur Sitzecke. Ich komme dann gleich hinterher. Ja, und Sie ist halt vorgeflogen. Ich bin hier, wie gesagt, in meine Kaffeeküche gegangen. Hab dann so überlegt, was mache ich jetzt für einen Kaffee, einen milden oder einen starken. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist eine Eintastige, so viel Zeit hat die auch nicht. Und dann habe ich schnell ein Espresso gemacht, habe mir den da hingeschüttet. Sie hat dann auch gleich dran genippt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nutze die Gelegenheit mal aus und stellt es mal Fragen. So von wegen, was ist denn so der Sinn des Lebens, bei euch Eintastfliegen? Und sie sagte dann, das dreht sich bei denen halt um Sex. Und ja, das hört sich auf der einen Seite ganz gut an. Aber durch den immensen Zeitdruck, wa, da müssen die natürlich nehmen, was kommt. Also, ob der Partner dann krumme Beine hat oder schiefe Zähne oder aus Spandau kommt, ist egal. Die müssen da halt ihr Pensum erfüllen und am Ende des Lebens können sie dann sagen, pfff, na, das war jetzt aber sinnvoll. Ich habe dann halt noch weiter gefragt, so, was ist noch wichtig bei euch Eintastfliegen? Und sie sagte dann, früh aufstehen. Und ist ja, ja, ist ja auch klar, wa, wenn jetzt so eine Eintastfliege, sagen wir mal, bis um 12 Uhr in der Betten liegt, da ist ja die Hälfte des Lebens schon vorbei, ja. Da kann die quasi liegen bleiben. Ja, was mir noch ganz wichtig war, war das Thema Absicherung. Na, natürlich, was ist, wenn mal was passiert, wa? Und dann habe ich sie gefragt, seid ihr krankenversichert? Und sie sagte dann, nee, ist ja affig und ist ja auch klar, wa, weil wenn jetzt so eine Eintastfliege, können wir alle extra aufs Amtsscheißern musst, da so eine Karte ziehen, irgendwie drei Stunden lang warten, dann hast du vielleicht was vergessen, musst wieder nach Hause und dann musst du da wieder hin. Ja, im Endeffekt wird dann das ja auch alles erst vier Wochen später zugeschickt, wa? Na, der weitere Verlauf des Abends war so gewesen, dass wir dann noch alkoholische Getränke zu uns genommen haben. Und dann ist was passiert, also da bin ich dann direkt ein bisschen aggressiv geworden. Da redet die so und mitten im Satz fällt sie vom Stuhl und ist tot. Da habe ich auch gedacht, na, das ist ja auch keine Art. Sterben müssen wir alle machen, man kann ja nochmal Schüss sagen. Ja, dann habe ich geteilt, wie man das so macht, war, schnell eine Kerze angezündet, hab noch ein bisschen was hier brubbelt, brubbel, brubbel, brubbel. Und dann, äh, ich's im Klo runtergespült. Ja, da habe ich halt gedacht, man muss wissen, wie man in so einer Situation mit solchen Tieren umgeht. Ja, so, wird man dit. Tschüss. So, ich habe die Schichten auch vorbereitet und habe mir auch anfangs erst mal gedacht, Mensch Krömer, was soll man eigentlich für die Schichten schreiben, was sind die Leute sich eigentlich noch in der Lage anzuhören alles. Und da habe ich gedacht, Mensch Krömer, schreibt doch mal was über die Dialogform im Tatort. Ich weiß nicht, ob ihr vor drei Wochen Tatort gesehen habt, mit Domi Krake in der Hauptrolle, wo es gleich zum Anfang zum Showdown kam. Domi Krake fährt mit dem Auto, fährt, fährt, fährt und kriegt dann von der rechten Seite voll. Ein reingeknallt. Es kommt zum Unfall. Man sieht die Augen von Domi Krake nur noch so close up, ja, wo er so richtig die schauspielerische Fähigkeit nur in die Augen gelegt hat. Also man konnte Sätze in den Augen lesen wie, ach, hm, jetzt ist er ja blöd. Ja, also richtig, also richtig an den Knöppchen gedreht eben. Und er in seiner Panik steigt halt aus, baut sich vor dem Typen auf, der ihm da reingeknallt ist und sagt dann wörtlich, na, so geht es wohl aber nicht. Du Piepmatz. Und da habe ich gedacht, klar, das sind so Dialogformen, wie man sie auch aus dem Leben kennt, ja, so richtig schön eins zu eins übernommen. Ich habe dann auch gedacht, wann würde ich jetzt solche Redewendungen anwenden und ist mir auch sofort klar geworden. Ecke zum Beispiel nachts um drei in Hohenschönhausen. Ja, mit noch so einem Schild um den Hals, wo drauf steht, Ausländer, finde ich alle klasse, die können ja auch bei mir wohnen. Ja, und dann sagen wir mal, jetzt kommt da so eine Horde Skinheads auf mich zu, ja, 15 Leute, glatze Baseballschläger, ein Pipapo, alles, was man halt so hat, wenn man tagsüber nicht viel zu tun hat. Und die bauen sich denn vor mir auf und sagen dann, na, aber einen ganz schönen Kesserspruch. Du Racker. Ja, und ich natürlich nicht auf den Mund gefallen, sage dann, na, passt mal auf, was ihr jetzt hier macht, ihr Piepmätze. Manni, 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 wo kommt ihr eigentlich her? Zum Osten. Ach so, na ja, und wo? Wo ist denn Osten? Die Mauer ist jetzt offenbar, wir können alle rüber. Also wirklich, ja, ja, das ist wirklich wahr. Ich bin auch hier. Ich dachte auch, ey, was, ja, kein Visum und so, aber kannst du mal sehen. So, dann haben wir noch eine aktuelle Nummer untergebracht, wa? Ja, die CD heißt denn, die Mauer ist offen, na toll. Ja, ich habe noch eine Geschichte, da geht es aber um etwas ganz anderes. Ich habe mich ja jetzt letztens getrennt. Ja. Von meinem Fernseher. Die Geschichte heißt, als ich mich von meinem Fernseher getrennt habe. Untertitel, wurde auch Zeit, dass das Scheißding endlich aus dem Haus ist. Da habe ich nicht lange gefackelt. Das Fenster auf, Anlauf genommen und dann hat das Ding im hohen Bogen aus dem Fenster geschmissen und weg mit dem Rotz, habe ich mir gedacht. Ja, jetzt wird sicherlich der eine oder andere denken, äh, ey Krömer, da hätte ja auch irgendjemand das Ding voll auf den Kopf kriegen können. Das hätte der Wissen Person dann bestimmt nicht so in den seinen Tagesablauf reingepasst. Und ist ja auch klar, wa? Das war morgens um neun gewesen. Glaubt dann ja auch kein Chef, wenn man ja morgens blutig verschmiert zur Arbeit kommt. Und dann sagt er, ja sorry für die Verspätung, Chef, aber mir ist ein Fernseher auf den Kopf gefallen. Ja, nun muss ich aber dazu sagen, äh, ich wohne in so einer Kellerwohnung. Und von daher habe ich den Fernseher auch nicht jetzt zum hohen Bogen aus dem Fenster geworfen, sondern mehr so von unten nach oben gehoben, auf ein Bordchen angestellt und dann noch einen Zettel reingeklebt, wo drauf stand 20 Euro bitte. Aber warum? Warum diese Aggressionen gegenüber TV-Geräten? Na, allein schon wegen den ganzen scheiß Formaten, die da so laufen. Magazinshows, Actionshows, Gameshows, zum Beispiel, es geht um 100.000 Euro. Na, da haben wir doch denn nicht von. So, Elfriede, du musst jetzt hier in diesen überdimensionalen, im Durchmesser einen Meter großen Popel beißen. Elfriede denn, oh nee, lass mal, ist mir ein bisschen unangenehm. Oh, gibt's nicht noch Alternativen? Oh, kann ich nicht lieber jemand anrufen? Nein, du musst, es geht um 100.000 Euro. Na denn, hang. Was ich hier auch liebe, sind Talgshows. Ja, Talgshows, meine Oma sagt immer Talgshows, deswegen, das wollte ich einfach mal jetzt hier im Programm unterbringen, damit ihr nachher nach Hause gehen könnt und sagen könnt, ey, der Krömer, das ist ja einer von uns. Weil, äh, der hat ja auch eine Oma. Ja, Talkshows mit so wunderbaren Themen wie Hilfe, mein Schäfer und das Schwul. Oder Hilfe, ich bin so hässlich, wie beim Rausgehen vorher meine Plastiktüte an den Kopf ziehen muss. Oder Hilfe, meine Mutter stinkt, wat nu? Heim. Ja, und man selber denkt ja, nach Gott, wenn sie doch so stinkt, ab ins Heim. Aber nee, die machen dann gleich eine ganze Sendung raus. Wenn auch deine Mutter stinkt, bitte melde dich bei uns und dann riechen wir mal. Und dann gibt's ja noch so Klassiker wie zum Beispiel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Mit so wundervollen Dialogen wie, Patrizia, ich geh jetzt eben mal Schrippen holen. Wirst du mich noch lieben, wenn ich in zehn Minuten wieder zurück bin? Und soll ich dir vielleicht noch was Süßes mitbringen? Und dann Ende. Die Sendung hat ihren dramatischen Höhepunkt gefunden. Abspann. Wird Daniel Patrizia wirklich noch was Süßes mitbringen? Hm. Sehen Sie morgen, wie's weitergeht. Oder kaufen Sie sich gleich das 180-Seite-Buch, wat da heisst, vielleicht überlegen mit nochmal ins Anlass und bringen da einfach ja nicht mit, du blöde Kuh. Und dann Werbung. Immer wenn's am spannendsten wird. Damals waren die Werbepausen noch dazu, da mal pinkeln zu gehen. Aber heute so viel kannst du ja nicht mehr trinken, wie du da pinkeln möchtest. Was ist denn das hier? Oh, jetzt schreiben wir eine Garsack. Die wären ja ja schon pumpig, wenn du acht Monate nichts zahlst. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber bei der letzten Mahnung, da kommen die ja persönlich bei dir zu Hause vorbei, und schieben dir die Mahnung denn persönlich durch den Briefschlitz durch, durch die Tür. Ich hab da bei mir super reagiert, ich hab da einfach alles zugenagelt. Und was soll ich euch sagen, jetzt kommt der Vogel an, ja, und schiebt mir, jetzt schreiben sie durch die Seite, durch die Tür durch. Ich von drin natürlich gleich wieder raus, ich holen. Ja, Finger oben an. Ich hol wieder raus, hier an die Seite, rein, raus. Jetzt spielt ich eine Dreiviertelstunde. Hallihallo, ja. Bis ich dann irgendwann einen Zettel geschrieben hab, da stand, hallo, ich bin heute nicht zu Hause. Bin er von oben nachgelegt, na, dann komm ich morgen wieder. Hab jetzt auch nach, wo kommen Sie denn jetzt gerade her? Sind Sie zu spät gekommen? Wir machen hier eine CD, Sie können doch nicht pullern gehen. Er kann doch nicht jeder machen, was er will. Dann halten Sie es zurück, oder ziehen Sie es hoch und spucken Sie es ins Glas, oder so. So, wir warten. Wir warten eben. So, für die Leute, die jetzt gerade eine CD hören. Jetzt dauert's. Und Hände waschen aber auch. Jetzt ebbt's gerade ab. Teilweise haben die Leute schon Schaum vor dem Mund. Ja, toll. Ach nee, war dein Text. Will ja nichts klauen. Willst du nicht noch einen Schwank aus deinem Leben erzählen? Wir machen einfach weiter. Wir warten jetzt nicht auf die Truller, wa? Ja, ich hab eine Geschichte geschrieben, weil ich hab ja auch mal, kann ich ruhig zugeben, ich hab ja auch mal in Mitte gewohnt. Ja, danke da von dem Einzesten, der heute aus Mitte kommt, oder was? Ist auch alleine hier, wa? Naja. Bin dann aber wieder nach Neukölln gezogen und da musst du ja gar nicht schon was anhören, wa? Ey, von deinen ganzen Freunden. Na, wirf doch dein Leben nicht so hin. Ende ist in ne Gosse. Und es war mir aber ja. Die Geschichte heißt die Traumfrau. Ich wohnte also schon ein paar Tage in der neuen Wohnung, schaute dann eines Tages aus dem Fenster, riss es auf und vor meinem Haus stand ein Möbeltransporter. Ich hab das Fenster schnell wieder zu, weil ab und zu muss man da auch mal mithelfen. Aber die Leute riefen mir dann schon zu. Du, wir sind hier nur zu dritt, kannst du uns nicht helfen? Und ich dachte sofort, und dann kam das Schwein in mir hoch. Im Nachhinein hab ich mich dafür geschämt. Jedenfalls schrieg ich ihn zu, ihr könnt es von da unten vielleicht nicht sehen, aber ich habe nur ein Bein. Im selben Moment stieg aus dem Fahrerhäuschen des Lastwagens eine wunderschöne türkische Frau aus. So ungefähr 24 Jahre alt, dunkelbraune, lange Haare und ein Lächeln in mir sich, sodass ich dachte, ab heute verfügt Neukölln über zwei Sonnen. Ich schreibe meine Texte übrigens alle alleine. Und dann schrie mir einer der anderen zu, aber wir würden dich trotzdem gerne zu unserer Einwahlungsparty einladen. Ich schaute die schöne Frau an und dachte, wo kriege ich jetzt so schnell mein zweites Bein wieder her? Vollidiot, dachte ich. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Lass da was einfallen. Aber ich wusste, in so einer Situation ist alles erlaubt. Die Leute kramten weiter an ihrem Laster rum. Ich schrie ihnen zu. Ich kann wieder gehen! Ich muss diese Frau kennenlernen, dachte ich. Und ich hatte eine Idee. Ich stellte mich der Situation, in dem ich einfach hinunterging. Beim Hinuntergehen dachte ich an meine Musterungszeit zurück. Mach einfach auf psychisch labil. Ich öffnete die Eingangstür, zog ein Bein hinter mir her und schrie immer wieder wie von Sinnen. Wasser, Wasser, Wasser! Die Leute schauten mich erstaunt an. Wie? Wasser, Wasser, Wasser. Und was ist das dann? Halte ich Plastikbein oder was? Mein Gott, dachte ich. Was mache ich denn hier? Was soll ich denn jetzt sagen? Oh, ist er wieder da? Na, wo kommt dick denn hier? Na, wisst ihr, ich habe gerade Fieber. Sehr starkes Fieber. Außerdem kommt der Wahn dazu, dass ich mir einbilde, mir fehlen Körperteile. Was mache ich denn hier? Dachte ich. Denn doch lieber eine Kontaktanzeige schalten. Junger Mann mit blühender Fantasie und leichter Klatsche sucht. Aber ich wollte diese Frau kennenlernen. Und ich hatte ja auch schon viel erreicht. Ich hatte wieder zwei Beine. Ich helfe dann jetzt mal mit. Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen, erhielt meine Traumfrau in Anruf. Ihre Mutter fragte, ob sie nicht ihren kleinen Bruder vom Kinderjahrten abholen könnte. Ich muss mal eben weg, aber ihr habt jetzt auch Verstärkung bekommen, sagte sie. Ich trug gerade einen alten Ledersessel auf den Kopierstütz, der mir dermaßen die Nase innen drückte, dass ich nur noch sagen konnte, ja, ist ja auch kein Problem, macht ja auch Spaß. Trug also diesen alten Ledersessel in ihre Wohnung und dachte darüber nach, warum müssen Menschen mit schweren Ledersesseln eigentlich immer im fünften Stock wohnen. Der Tag verging, der Umzug weich schafft, aber sie kamen nicht mehr. Ich ging schlafen. Ja, war mir aber jetzt so von Herzen. Oh, gehst du einfach hoch und dann lädst du zum Kaffee ein. Mach dich hoch. Ich ging hoch, klingelte verliebt an der Tür, die Tür ging auf und vor mir stand ihr kleiner Bruder. Na, du laufender Meter, der Onkel würde gerne mal zu Gülei. Er sagte nur, ey, Alter, geh wo du wohnst, du hattest scheiße. Und schlug die Tür wieder zu. Na toll, dachte ich, die Familie steht ja schon voll hinter mir. So. Du warst mal süß dich. Ja. Na, dann sagt das mal dein Gesicht. So, ich hab hier noch, äh, die, bei, bei der Schicht muss ich aber sagen, da hab ich jetzt kein Ende für. Also, definitiv nicht. Oh, nicht vergessen. Oder irgendwie, oder jetzt so, die jetzt einfach steht mal so da und hat kein Ende. Wer ein Ende hat, kann mir das gerne zum Mailen unter meiner Adresse, weh, 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 scheiße, ich finde mal kein NDE. Ah, ist jetzt verstanden, wa? Ja, aber ist egal. Die Geschichte ist, als ich mal ins Altersheim musste. Neulich rief mich meine Tante an. Ich wusste schon genau, was sie wollte. Aber ich ließ sie erst mal erzählen. Mensch, du warst doch immer noch nicht da gewesen. Du besuchst ja endlich mal deine Oma im Altersheim. Mensch, Junge, da freut die sich. Da kannst du doch ruhig mal machen. Mensch, Omas freuen sich doch, wenn sie Besuch kriegen von ihren Enkeln. Hier ist sie einfach mal hin und du, da freut die sich. Ja, sagte ich. Ich werde sie mal besuchen. Schon allein aus dem Grund, weil ich glaube, dass sie sich da einfach freut. Ich fuhr also nach Wittenau. Berlin-Wittenau. Wenn man in Wittenau aus dem Zug steigt, denkt man, man wär schon im Heim. So eine Art Open-Air-Heim. Nach stundenlanger Suche war ich dann endlich da. Beim Fördner fragte ich nach, wo ich meine Oma finden würde. Ach, sagte Herr Fördner, auf Besuch bei der Oma war du da. Freut die sich? Ja, ja. Das Heim war so eine Art Apartment-Siedlung. Ich blieb stehen und versuchte mich zu orientieren. Eine Oma überholte mich. Mit einer von 0 auf 100 in zwei Wochen die Schwindigkeit. Entschuldigung, sagte ich, suche meine Oma Anneliese. Anneliese, die ist am Ende. Wie, was am Ende? Was ist hier los? Wie geht's meiner Oma Anneliese? Na, da am Ende, Flur links. Ich klingelte bei meiner Oma an der Tür. Die Tür hing auf. Hallo, Tobias, sagte sie. Mein Name ist Kurt. Naja, kannst du ja nicht für. Aber komm erst mal rein, Andreas. Dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und haben Kaffee getrunken. Und dann sah ich auf dem Fliesentisch meiner Oma ein Relikt aus längst vergangener Vorzeit. Es gibt ihn also immer noch, dachte ich, wie er da so dastand, in all seiner Schönheit. Der Tele-Gepäckständer. Alles war wie damals. Oben die Nüsschen, in der Mitte Salzstangen und unten Mon Cherie. Ich nahm mir eins. Nee, Finger weg, da ist Alkohol drin, man dreht. Kurt, widerspreche nicht, sonst gehst du in deinem Zimmer. Sie machte Musik an. Juliul Gläserz und sang laut mit. Es klingelte an der Tür. Frau Keschewski, ihre Nachbarin, beschwerte sich über die laute Musik. Meine Oma sagte nur, ja, ja, mein Gott, es ist eklig, wenn sich alte Menschen so aufregen, du pfeifenzeirig. Sie knallte die Tür wieder zu. Ja, hat wie gesagt kein Ende. Die Geschichte heißt Robert, das schaffen wir schon. Jetzt dann hab ich in der Zeitung gelesen, dass Robert De Niro wieder einen neuen Film dreht. So was mit Milieu und so, mit in die Figur rein gehen, ganz tief, also mit allem Pipapo und so. Spielort sollte die Bronze von New York sein. Ja, da hab ich Robert daraufhin erstmal angerufen. Ey, Robert, ich hab gehört, du drehst wieder einen neuen Film. Pass auf, Robert. Ich hab ne klasse Idee. Du drehst da deine Milieufilme immer in der Bronze von New York. Das ist ja langsam mal ausgenudelt, das Thema. Komm doch mal zu mir nach Berlin-Neukölln. Das ist ohne Bronze, aber halt noch lange noch nicht so ausgenudelt wie das Elend da bei euch. Und Tipps kann ich euch auch geben, denn nicht umsonst hab ich das Buch geschrieben, Endstation Neukölln, der Zug endet hier und der Nächste kommt sofort. Ja, Robert fand die Idee auch sofort klasse. Wir verabredeten uns dann. Ja, Robert, kommst du einfach vorbei. Ich hab hier zwar nur so eine anderthalb Zimmerwohnung, ist aber kein Problem, müssen wir uns halt ein bisschen arrangieren. Na li, hallo, pipapo und tschüss. Ein paar Tage später stand er dann bei mir vor der Tür. Aber er war nicht alleine. Er hatte noch jemanden mitgebracht. Johnny Depp. Ich hab sofort reagiert. Nee, Robert, den Vogel schickst du mir nach Hause, den kann ich nie leihen. Robert zögerte, aber er wusste genau, wenn er sich mit mir nicht verscherzen wollte, muss er jetzt schnell handeln. Er schickte ihn nach Hause. Johnny fing an zu weinen. Er kratzte an meiner Tür und bettelte. Ich bin doch ganz ruhig, ich sag nichts, ich sitz einfach nur so rum. Ich ging vor die Tür und löste mit dir Wald vor meinem Türknopf. So, Johnny, jetzt aber ab nach Hause, aber so schnell wie der Hund bellt. Man muss auch mal loslassen können. Wir gingen wieder zurück ins Wohnzimmer. Da saß er nun also, Robert aus Amerika. Er hatte einen schwarzen Smoking an und trug rote Lackschuhe. Na, Robert, mit den Klamotten wird das natürlich nichts hier mit unserer Milieustudie. Hier, zieht er mal diesen Baumwoll-Jogginganzug an und dazu hier die grünen S-Bahn-Drillos. So, und jetzt hier mal zu Penny, Marc, ich habe nämlich nichts mehr zu futtern. Kurz vor Penny wurde Robert dann wiedererkannt. Ey, Sie sind doch Robert, der hier, der aus dem Fernsehen. Ich nahm den Jungen Mann in meinen Arm, wir bauten uns vor Robert auf und dann fragte ich den Mann, meinst du, olle Robert aus dem Fernseher läuft hier in Cottbosser Damm lang in S-Bahn-Drillos und in einem Baumwoll-Jogginganzug, wo ein Bild von Alf drauf ist und die Überschrift Null Problemo? Überlege doch mal, mein Freund. Aber ich erkenne ihn genau wieder, sagte der Mann hier an sein Mutter mal, rechts unter seinem Ouge und dann sag ich das auch. Na, Robert, das ist jetzt natürlich blöde. Robert schaute mich kurz an, griff sich an sein Mutter mal, löste es ab und grab es mir in meine Hand. Und dann sah ich, was Robert De Niro da seit ca. 35 Jahren rechts unter seinem rechten Ouge zu kleben hatte. Eine vertrocknete Rosine. Das war die Idee von seinem Manager, sagte Robert, wegen der Wiedererkennung und so. Ich warf die Rosinen im hohen Bogen von uns weg und schrie, Robert, du bist frei. Dann ging mal zu Penny an die Fleischtheke. So, Robert, hier kannst du jetzt was aussuchen. Eine Billiwurst, ein paar Wiener oder eine Scheiben Motadella. Die Wurstfrau kam. Robert kriegte den Mund nicht auf. Und in ihrer von uns allseits geschätzten nonchalanten Berliner Verkäuferin Fragte uns die Wurstfrau denn, wollt ihr jetzt kicken oder kufen? Na, Robert, was nun? Mach halt den Mund auf. Stille. Mann, Robert, du bist Schauspieler. Sei jetzt spontan. Mach irgendwas aus deinem Repertoire oder so. Eine Scheibe Motadella. Nee, Robert, erst mal sagt man guten Tag. Guten Tag. Ja, und jetzt vielleicht mal im ganzen Satz. Mensch, Robert, reiß halt ein bisschen zusammen hier. Guten Tag, eine Scheibe Motadella, bitte. Da bemerkte ich, dass Robert ja ein schön schüchtern ist. Naja, dachte ich, wir müssen halt erstmal ein bisschen auftauen. Wir gingen in die Sonnenallee ins Sonneneck und setzten uns an die Theke. So, Robert, jetzt bestellen Sie mal ein Hernideck und dann flirtest du noch ein bisschen mit der Bedienung. Guten Tag, ich hätte gerne zweimal ein Herrengedeck. Du Kässe-Sumse. Im selben Moment betrat Wolfgang Job die Kneipe. Er hatte einen goldenen Anzug an und trug Schuhe aus Glas. Er war auch in Begleitung eines Schauspielcoachs. Wir erfuhren dann, dass Wolfgang auf einen neuen Film vorbereitet werden sollte, in dem er einen Bettler spielen sollte. würde wohl noch ein bisschen dauern, dachte ich mir. Es war spät geworden und Robert hatte schon leicht an dem Tee. Immer wieder spielte er Szenen aus Taxi-Driver nach. Auch als die Bedienung kam, um abzukassieren. Redest du mit mir? Ja, ich krieg 25, 80 von euch. Du redest also wirklich mit mir? Pass mal auf, du froh, ich kriege die Bullen 25, 80. Ja, Robert hat an dem Tag sehr viel lernt. Abends bei mir zu Hause fing er an zu heulen. Ihm fehlte seine getrocknete Rosine. Um der Heulereien Ende zu setzen, schnitzte ich ihm ein Muttermal aus der Scheiben Motadella, die er noch in seiner Tasche hatte. Er fragte mich dann, ob ich nicht sein Manager werden wollte. Nee, nee, Robert, lass mal Hollywood, das ist nicht für mich hier. Ich brauche meinen Berlin, meine Currywurst und meine Wurstfrau. Am nächsten Morgen fuhr ich Robert dann zum Flughafen. Die Motadella in seinem Gesicht war schon ganz schrumpelig. So, Robert, sagte ich zu ihm, lass uns nicht lange quatschen, Schösekowski, lass das nicht anmachen und ruf an, wenn du wieder in Tauen bist. So, jetzt kommen wir zur kleinen Experimentier-Reihe hier, hab ja sehr viel Zeit tagsüber und da hab ich mal gedacht, Mensch, man kann ja mal ein bisschen rum experimentieren und ich hab's geschafft, ich hab mein Horror-Geräusch, das schlimmste Horror-Geräusch, was ich kenne, kann ich jetzt nachmachen, so aus dem FF quasi und es handelt sich dabei um dieses Geräusch, wenn Bora Zahn trifft. Weiß nicht, ob ihr das neue Ohren habt? Ja, habt ihr auch bald wieder neue Sitzungen, und jetzt kann man das hervorragend imitieren, indem man so einen Latte-Macchiato-Stab nimmt. Ja, ich weiß, das ist ein total alberner Name, bei uns in Neukölln heißt das einfach Uffrührstab. Den Scherz kannst du dir mal erlauben, nur gehst du mal zu Karstadt am Hermannplatz und dann gehst du mal in die Abteilung und sagst, ja, guten Tag, ich hätte gerne einen Latte-Macchiato-Stab. Kriegst du gleich auf die Fresse. Kannst du denn lieber bei Quelle bestellen, aber kriegst du in die Backpfeife per E-Mail. Und jetzt habe ich hier so ein Ding zufällig da. Jetzt nutzen wir mal die nächste halbe Stunde so als so ein kleines Hörspiel. Und wer sich wieder findet, der kann auch gerne Aua rufen. Man braucht jetzt dafür auch noch so einen ganz normalen BVG-Fahrschein hier. Und los sieht's. Oh, da müssen wir verbohren. Mensch, das geht ja bis zur Wurzel runter. Zack, da ist er weg. Ja, wollte ich noch mal zeigen, mit was ich tagsüber mich so beschäftige hier. Das ist wirklich Goldwerte-Ding. Kann man jetzt auch, wenn man Freunde hat, die man nicht mehr leihen kann oder so, mag ich auch ganz gerne, dass ich dann bei denen morgens um 6 Uhr anrufe. Guten Tag, hier ist Doktor von Helsing. Hatten wir nicht einen Termin? Die melden sich dann nicht mehr. ein bisschen ein bisschen klingelt. Schönern Auftritten ist ja, dass man ab und zu wiedererkannt wird. Klasse Sache, sollte man meinen. Letztens wurde ich in der U-Bahn wiedererkannt. Die Freude war groß und ich fragte ihn, wie die mir fallen hat. Und das war mein Fehler. Der Mann, ein Holländer, der total jüdruf war, die positive Energie floss ihm quasi aus den Ohren. positive Gedanken finde ich ja auch klasse, aber halt 24 Stunden am Tag. Der gehört bestimmt zu den Leuten, die morgens früh aufstehen und sagen, oh, es regnet draußen, toll, da freut sich der Bauer. Oder Kaffee, ist auch keiner mehr da, naja, ist auch viel zu ungesund. Oh, klingelt wieder an der Tür, der Rechtsverzieher nimmt wieder alle Sachen mit, naja, die Bude ist eh zu voll gestellt. Telefon klingelt, die Freundin macht Schluss, na, ich glaube, ich kann auch alleine ganz glücklich sein. Ja, jetzt ein typischer Sorge-Dich-Nicht-Leber-Holländer und der fing also mit mir nochmal alle Einzelheiten des Auftritts durch zu gehen. Also, es hat mich total super gefallen, was du gestern da gemacht hast. Total super Atmosphäre, klasse, toll. Ja, macht mir auch immer sehr viel Spaß. Also, den Abend durchzog eine positive Energie, ganz tolle Angelegenheit. Super, total, klasse, toll, super, toll, klasse, toll, super, grasartig, großartig, super toll, klasse toll, aber auch suppi. Ich kann nur ja, Holländer eben. Ja, jedenfalls war für mich der Abend so inspirierend, dass ich auch angefangen habe zu schreiben. Lass mich kurz erklären, worum es in meiner Geschichte geht. In meiner Geschichte geht es um eine Currywurst, eine Currywurst, die sich nicht so mit der Pommes Fritz versteht und zudem alledem noch eine Ketchup-Allergie hat. Mann und Mann, sagte ich, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu sozialkritisch. Und was machst du jetzt aus der Idee, ein Buch oder einer Samstagabend schon? Ja, also Fernsehen wäre schon klasse, toll, zuppi, klasse, Ja, und zuppi nehme ich mal an, wa? Ah, Fernsehen, ich sehe das auch schon vor mir, der große Sat-1-Film-Film. Fleisch, eine Currywurst geht ihren Weg. Hermannplatz, ich war frei. Ich rannte aus dem Waggon und hörte den Holländer mir noch hinterherrufen. Für die Zukunft, alles Gute, schak, 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 die Tür ging dann schon los, zu, irgendwie der fuhr schon immer noch so Spalt drauf, schak, 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 der war im Tunnel drin, Hermannplatz, der war schon Alexanderplatz, ich hörte immer noch aus dem Tunnel rufen. Schakt,schakt,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch,dolch. Letztens war ja wieder große Vorsprechen hier an der Hochschule der Künstler war zum Thema Schauspielerei und Ecke... Dürfte zuschauen... Und ich hab mich anfangs nur gefragt, was motiviert junge Menschen eigentlich dahin zu rennen und sich denn da vorzustellen, wa? Wegen meiner Motivation bin ich ja mal aus so einem Schauspielworkshop rausgeflogen, weil ich damals von der Lehrerin gefragt worden bin, warum ich jetzt alles mitmache. Und ich hab halt gesagt, na, weil ich was machen möchte, was mir Spaß macht. Da hat die Alte erstmal so einen Hals gekriegt, die Augen traten hervor und dann schrie sie mich an. Spaß! Wir machen das doch hier nicht zum Spaß! Wir machen hier großes Theater, epochales Theater, ja, monumentales Theater, möchte ich was sagen. Hier geht es um Liebe, Schmerz und ganz wenig Hoffnung. Ja, halt gesagt. Toll, dann können wir jetzt weitermachen, macht mir nicht ja keinen Spaß mehr. Und ich geh dann eben da zugeguckt, in so einen großen Saal war das, so wie hier. Fenster waren zugezogen, mit Gardinen, in der ersten Reihe saß ein People, der hat so Prüfer gemacht. Und dann begann das große Schauspiel. Die erste Vorsprecherin, eine junge Frau, kam gleich in den Saal reingepiest. So, mit was soll ich jetzt beginnen? Mehr was Klappisches? Was Zeitgenöppisches? Oder soll ich was Steppen? Oder ein Song Song singen? Mir hat mir nichts vorbereitet. Der Prüfer denn, äh, sagen Sie mal, gehört das jetzt zur Rolle? Oder haben Sie eventuellen Sprachfehler? Nein, ich habe keinen Sprachfehler. Na, hört sich aber so an. Hört es sich nicht? Ja, das ging dann eine ganze Weile immer hin und her. Doch, nie, doch, nie, doch, nie, doch, nie. Irgendwann hielt es sich dann die Ohren zu. Ich kann die nicht mehr hören. Der Prüfer nur, und wir können Sie ja nicht mehr sehen. Der Nächste, bitte. Der Nächste war dann so ein älterer Herr, irgendwie um die 65 rum. Er hatte so einen Amerika-Anzug an, war so rosa farbene Lackschuhe irgendwie. Ein Hütchen unterauf. Kam auch gleich rausgestürmt. Hallöchen! Mein Name ist Johnny Vegas, ich bin Alleinunterhalter. Und ich würde gerne noch besser werden. Pass mal auf, ich beginne meinen Vortrag erst mal mit einem Kessenwitz aus meinem neuen Programm. Was da heißt, aus Hackepeter wird Kacke später. So, pass auf, und nun der Witz. Kommt ein Mann zum Arzt, äh, pass auf, ich geh nochmal raus und komm dann direkt als Witz wieder rein. Pass auf, kommt ein Mann zum Arzt. Ah, und das alle mit den Schlüpper, ey. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe Durchfall. Sagt, Herr Doktor, dann machen Sie auch einen Handstand. Ja, das war doch ein Knaller, oder? Ja, und wie sieht aus, wann kann ich meine Karriere bei Ihnen beginnen? Der Prüfer, dein Sohn, also Sie sollten lieber darüber nachdenken, wie Sie Karriere beenden können. Der Nächster, bitte. Der Nächster war der ein jüngerer Mann, der hatte so eine fleischfarbene Badekappe auf. Kam dann auch raus, stolziert, und hat dann erst mal seinen selbst zusammengebastelten Hermann van Wehenmulluk vorgetragen. Mit die Plattje. Tröpfel, tröpfel. Tröpfel, tröpfel. Tröpfel, tröpfel. The Prüfer, ja, das hatte ja schon sehr viele heitere Momente. Können Sie denn auch Dialekte aus anderen Ländern? und er so natürlich passen wir auf die platte hallo ich komme aus russland der prüfer denn wie sagt alles klar hat uns sehr gut gefallen wir bleiben auf jeden fall in kontakt und wir rufen sie dann an er dann so aber nicht morgen da bin ich nicht da der prüfer na wir würden das einfach öfter probieren der nächste bitte der nächste war eine junge frau die wurde nicht unterbrochen die konnte voll durchspielen ich weiß nicht wie lange die dauert hat anderthalb jahre oder so jedenfalls hat der prüfer dann irgendwann nur reingerufen ja schön so wir würden jetzt gerne mit ihnen improvisieren versetzen sich doch dazu jetzt mal bitte in die lage eines schafes sie so wat ja in ein schaf in ein kleines von der herde abgekommenes schäflein was nun vergeblich ist auf der suche nach seiner mutter und sie fing an zu spielen und irgendwann hat die alte sohn flasche kriegst und dann hat die lage auf der herde abgekommen und irgendwann hat die alte sohn flasche kriegst und dann hat die lage auf der herde abgekommen ja dass sie da die war eins mit dem schaf die hat sich da so rein versetzt ja die hat ausgesehen wie ein schaf ja die rochen wie ein schaf und dann ist sie dann stunden im kreis und ich dachte nur auf meinen platz machen wir keinen schrank auf wir kloppen für tag ja und die war da so eine rolle drin dass ich dachte die geht bestimmt noch so nach hause ja so im bus rein hallo einmal normaltarif wo ist denn hier für schafe ja und unterwegs trifft sie dann vielleicht noch christoph schlingen sie wieder gerade eine heuschrecke nach macht schlingen sieht es ist auch so eine gabi aber eine andere geschichte ich weiß auch nicht was aus der frau geworden ist keine ahnung aber wenn er demnächst mal wieder im theater seid und dann ja der letzte vorsprecher in den saal reinkam war sandro italiener war der war so drauf wie man eben so drauf ist als italiener kam gleich rein halli hallo hallöchen mein name ist sandro ich bin italiener und ich bin froh hier in deutschland zu sein deutschland ist es schöne land schön 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 aber die leute sind immer traurig die deutschen haben immer problem hast du nicht problem bist du nicht deutsch der prüfer fragte der prüfer ihn halt noch so wie würden sie jetzt gerne mal fragen was ist ihre motivation warum wollen sie das hier alles mitmachen und ich dachte mir hinten auf mein platz noch komm los sache schon knallet raus und er na weil ich sie meine leben machen möchte was mir spaß macht streik rieb ich von hinten rein tor ja sandro ist heute mein bester freund wenn wir lachen wollen dann spielen wir theater ja ich hatte ja letztens besuch gehabt aus köln war und ja mich gefragt mensch krömer kannst du nicht mal ein bisschen deine stadt zeigen und ich habe natürlich sofort diese touristen verarschungs programm abgezogen mit alle vier männecken in so ein bus rein war ihr kind wieder raus tür zu da waren erst mal vier stunden und so rot ja und dann haben wir uns halt noch ein bisschen berlin hier angekriegt war badenburger tor fernsehntor mal jalo pipa point die ganze rotzahler runter gespult kaffee trinken und so haben dienstleistung genossen in berlin jetzt mal lange suchen als zuhause war war die schichte die überschrift schon sonnenklar die schichte heißt wir berliner sind ja quasi die erfinder der freundlichkeit gerade was die verkäufer berlins betrifft sind wir kaum zu toppen mir fällt immer auf wenn ich aus anderen städten zurück nach berlin komme und dann zum beispiel bei mir am uberhof hermannplatz aussteiger und wenn ich dann dort schon den smarten bvg dj an seinem pult stehen der der damit sanfter stimme meinen absoluten lieblingssatz ins mikrofon haut mit dem fahrrad nicht in ersten waren ja dann weiß ich ich bin wieder zu hause letztens war ich im pro markt ich muss dazu sagen ich hab da schon sämtlichen skrupel gegenüber den verkäufern verloren ich gehe einfach auf einen zu und ohne rücksicht auf verluste zu nehmen sage ich dann guten tag mein name ist kurt krömer und ich kaufe jetzt hier ein vorher erkundig mich natürlich bei den kollegen manchmal schon wochen vorher bei den jeweiligen familien über das wohlbefinden des verkäufers kann ja sein dass der längere zeit nicht gut ruf war oder probleme innerhalb der familie hat meinem verkäufer ging es aber gut ich eröffnete das gespräch guten tag ich interessiere mich für den ebsen stylos 580 drucker der verkäufer ja schön wem so was spaß macht ich interessiere mich für fische ja na mann ey können sie mir vielleicht irgendwas über das gerät erzählen ja das ist ein drucker irgendwie ist der verlauf eigentlich solchen gesprächs in berlin immer derselbe der kunde rastet aus hatte ich aber keine lust drauf ich besorgt mir seine handynummer und rief ihn über eine telefonzelle an guten tag ich habe zu ihm die frauen führt wir können die ganze angelegenheit ohne große blutvergießen über die bühne bringen und nun zum lösegeld ich will keins ich möchte von ihnen alle informationen über den ebsen stylos 580 drucker habe ich dennoch bekommen aufpassen muss man auch wenn man außerhalb berlins unterwegs ist ich war zum beispiel vor zwei wochen im allgäu in füssen abends weigte ihn in einer kneipe und bestellte ein bier und der würd sagte ja bitte kommt sofort ich zockte zusammen passen mal auf verscheißern kann ich mich alleine ja sie müssen mich da erstmal fragen ach haben wir durst ja ein kleines oder ein großes bier wollen wir aus den händen trinken oder wollen wir ein glatz haben ja sie müssen mich halt so lange fragen bis ich so richtig schön scheiße drauf bin der würd sah mich entsetzt an aber sagen sie mal so geht man doch mit seinen gästen nicht um sie armer mensch wo kommen sie denn her icke aus heidelberg icke hielt dann einen crashkurs in sachen freundlichkeit von meinem nachbarn jose einem kubaner die sind ja sehr freundlich sein lieblingswort ist übrigens fiesta welches er aber nicht so richtig aussprechen kann weil er nur vier zehner hat fiesta 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 ja ist ja gut ja aber wie gesagt er pumpte mich quasi voll mit freundlichkeit ich fuhr also wieder in den pro markt hallo einen drucker bitte ja und was sehen na egal was gerade weg muss so und nun u-bahn fahren dachte ich mir ich lieb mir extra noch ein fahrrad holz und zack rein in den ersten wagen mit dem fahrrad nicht in ersten lang ja aber klar ich wollte auch noch mal sehen ob sie aufpassen mit meiner positiven energie hüpfte ich dann an den straßen von berlin-neukölln umher vierter fiesta 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 am abend zur personal service Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, Tier, trag sie raus, schlag sie zusammen. So, ich hab die Brotstag heute und werde 27 Jahre alt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich seh jünger aus. Ja, und wir machen das jetzt. Heuer doch mal auf, hier mal reinzuquatschen. Hier wird sich nicht unterhalten. Hier wird geguckt und zugehört. Wir wollen recht, recht fröhlich sein im Hintergrund. Es wird nicht diskutiert. Aus, Feierabend noch mal. Ja, auf jetzt. Was im Herzen. Tot. Mann, der redet immer noch. Ich bin schon tot. So, ich kann wieder gehen. Haha. The return of the Kackbratze. Ja, sorry. Ja, was? Geh gleich rüber. Ich spiel woanders. Geh zum türkischen Imbiss rüber. Ja, das hab ich jetzt davon. Meinst du, wie ich mich gerade ärgere? Mann, Mann, Mann. So, sag noch schnell was, dann ist das raus. Jetzt ist Pause. Ja, nochmal, oder was? Na, sag mal, kommst du aus dem Heim, oder was? Nee, Pause ist Pause, Pause, Pause nach Hause. Komm, mach hinten das Apparatding aus. Wir setzen da morgen noch mal ganz anderswo an. Die ganze CD kaputt, die macht jetzt. Alles im Arsch. Ich lasse mir von dir überhaupt nichts sagen. Hahaha, ich hab heute die Bootser. Ich bin hier das Ehrenkind. Kann ich auch rausschmeißen. Hahaha, komm, brauchst du machen. Darf ich mit deinem Souffle? Ja, du bist mein Souffle, siehst du auch aus, ey. So, ich war halt nur ein Traum. Der sitzt ja nicht mehr hinter mir. Ja, du bist noch da. Hahaha, merken wir alle. Wir sind ja nicht taubstummen hier. Völlig aus dem Konzept jetzt gebracht. Fing so schön an, ey, alles. Ich hab keine Lust mehr hier. So, ich hab die Bootser und du fliegst raus. Ja, ich bin natürlich jetzt... Spucke schon, siehst du? Ja, 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 ja. Ich liebe meinen Job, ey. Ich hab bloß was anständiges gelernt. So, ich fange nochmal an. Ich habe Geburtstag heute und wir machen das jetzt so. Ihr könnt jetzt alle vortreten und mir die Hand geben und dann so Sachen sagen, die er eben so sagt, wenn man Geburtstag hat. Ich würde tendieren, dass wir das Vorgehen einer nach dem anderen. Spontan eben. Dann könnt ihr mir noch Geschenke überreichen, falls ihr daran gedacht habt. Falls nicht, schenkt ihr mir einfach Geld. Ja, ihr habt jetzt schon richtig erkannt. Aus zeitlichen Gründen kann ich jetzt da sowieso nicht allen die Hand geben. Deswegen machen wir das nachher draußen. Und ich bin jetzt natürlich wahnsinnig gespannt, was meine lieben Kollegen mir hier schenken. Ich bin ja schon seit halb sieben Uhr morgens hier. Sanjay hat die ganze Zeit schon so gemacht, als wenn er vor nicht weht. Ja, ich mach's spannend. Mach mal die Augen zu und sag mal, Sanjay, bring mal die ganzen Geschenke rein, die ihr so für mich das Jahr über gesammelt habt. Und dann könnt ihr schon mal Tor 3 aufmachen. So, Spannung, Spannung, Spannung. Mach die Augen einfach wieder auf. Ja. Ihr macht's ja spannend. Ich hab eigentlich gedacht, das ist jetzt alles voll hier mit Surfbrettern, Videorecordern und so, Playstations. Ja, macht das ja spannend. Erstmal hier so ein kleines Geschenk und hier so ein... Ja, ich bin richtig gerührt heute an meinen Ehrentag. Kann doch wohl nicht wahr sein. So ist das alles hier, oder was? Wie, das kann doch nicht das zwei Geschenke? Ey, ich komm echt so aus Neukölln hierher, verstehst du? Da fährst du mit der U-Bahn, musst dreimal umsteigen und dann den Rest hier noch mit der Pferde. Weil er halt gesperrt ist und dann so eine Scheiße hier, wie kannst... Da müssen wir... Wir suchen jetzt den Verantwortlichen natürlich, hier rollen Köpfe gleich. Ja, hör auf jetzt, jetzt reicht es aber. Du, jetzt hab ich aber, jetzt ist es maßvoll, du, mit der Pferde. Hör auf, ey, jetzt fehlt mir bloß noch, dass du hier noch reinkommst. Die... Steck ich in den Sack und so lange mit dem Knüppel ruft da, bis da eine anständige Kulturreaktörin bei rauskommt. Die f*** fehlt mir jetzt noch. So, du bist bestimmt der Mann, wa? Hab ich doch gleich gewusst, du bist der Maulwurf. So, da bin ich aber gespannt, was da jetzt drin ist. Oh, ist versehen runtergefallen. Mag da wohl drin sein, vielleicht ein Vogel? Kann ja fliegen. So, und was ist das hier für ein Rott? Ja, oh, ey, für mich spricht hier eine Welt zusammen und ihr ruft hier, oh. Kann doch nicht wahr sein, ich wollte hier... Hör auf zu lachen, ihr verdammt nochmal, ey. Komme extra hierher, möchte mit den Leuten feiern und ihr schenkt mir hier eine Rose, wo ja oben nicht mal Blüten dran sind. Hier, ich schenke ich dir, du siehst so aus, als wenn du länger keine Mail gekriegt hast. Sag mal, du hörst da hinten auch so zu lachen. Techniker-Pack. Ach, die Nummer läuft hier, ja? Licht ausmachen, was ist denn mit der Stimme los? Mir auch egal. So, geht jetzt im Dunkeln weiter. So, ich mache jetzt gerade einen Handstand. Jetzt ein Flick-Flack. Und jetzt ziehe ich mich ja nackend aus. Und wieder angezogen. Ha, 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 ha. So, weiter geht. Was soll denn das jetzt mit dieser Stimme? Kackpratze. Du Sackpfeife. Du hast doch nicht alles Kletzler im Beutel. Komm da gleich mal hin, ey, in den Technik-Puffstach. Und damit will ich mich machen, ich bin eine Respektperson. Aber Abitur, und ich habe studiert. Na gut, ich habe Abitur. So, erste Abmahnung. Zweite Abmahnung. Dritte, Schütz. So, wer ins Rest hat, ab morgen wird ich einen Techniker-Platz freien. Ha, 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 ha. Und damit Milch mache, ich bin hier der Ehrengast. Ich möchte meine Stimme. Dankeschön. So, jetzt pack mal schöne Tischenka-Häuser. Ich bin gerade voll in Fahrt. So liebevoll eingeparkt. Seht genau, dass das in der Berliner Zeitung ist, ja. Kann mal wohl nicht annähen. Goldene Bommeln, toll. Hier ist er wieder. Der Bommelmann. Ja, das sind so Geschenke, da freuen sich 27-jährige Männer drüber. Mit den Dingern kann man bestimmt auch schön mal weggehen, so. Ins Café, ein bisschen flirten. Und dann sagen die Frauen bestimmt sofort, ja, der Typ bleibt mit dem Bommeln, der würde mich ja interessieren. Ja, das war mein persönliches Geburtstagsfest. Ja, toll. So, brechen wir den Abend jetzt ab. Ja, ich möchte mich an der Stelle nochmal recht herzlich entschuldigen beim Techniker, weil so sieht's ja aus, meine Damen, wenn wir den hinten da nicht hätten. Dann hätten wir einen anderen! Ja, ich möchte mich an dem anderen an, wenn wir den Füllen haben. Ja, ich möchte mich an der Stelle sanen. Ja, ich möchte mich an dem anderen, also ich eine alte Idämonie. Ja, ich möchte mich an der Stelle mal ab. Ich möchte mich an den Tres-Sinholen machen. Ja, ich möchte mich an den Tres-Sinholen machen. Und dann das viel erzählen. Und dann, das ist ja know. Vielen Dank.